Die Vyasana, die göttliche Stellung. Nimm eine bequeme Sitzhaltung ein, kreuzbeinig, zum Beispiel Schneidersitz oder Muktasana, Siddhasana, Padmasana. Dann kreuze die Arme hinter dem Rücken und fasse mit den Händen an die gegenüberliegenden Ellbogen. Dann beuge dich nach vorne, so weit, dass nach Möglichkeit der Kopf auf den Boden kommt. Oder gehe eben so weit, wie du kannst, wenn du kannst, eben Nase oder Stirn auf den Boden. Die Vyasana ist eine einfache Vorübung für Yoga Mudrasana, drückt die Ehrerbietung vor dem Göttlichen aus. Divya heißt göttlich, die Vyasana kann man übersetzen, göttliche Stellung oder eben auch die Stellung der Ehrerbietung vor dem Göttlichen. Die Vurteilung Die Vurteilung